Ich selber bin ein politischer Quereinsteiger, habe die Stadtpolitik in den letzten Jahren verfolgt. Was mir sehr imponiert hat, ist, dass trotz viel Gegenwind die Projekte, die für Innsbruck wichtig waren, durchgesetzt worden sind und ich war im Bezug natürlich auch zur Bürgermeisterin, weil sie von uns, von den Wiltoner-Schützen, eine Standardartenpartin ist und ich ja beim letzten Wahlkampf schon versprochen habe, dass ich sie unterstützen werde.